Knock, knock, knock in on heavens? On heavens, doch. Wie spät? 10 Uhr. Bester deutscher Nationalspiel aller Zeiten? Lothar Matthäus. Wenn ich morgens aufwache, dann? Will ich mich umdrehen und weiter schlafen? Wann hast du zum letzten Mal geweint? Fünf Jahre. Weißt du noch den Grund? Naja. Leben Fußballer in einer Blase? Vielleicht. Mein Gesichtsausdruck, als ich meinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben habe? Wurdest du schon mal mit jemandem verwechselt? Nein. Wenn du betrunken bist, dann? Bin ich betrunken. Wie sieht das dann aus? Sollte ich nochmal aus 60 Metern treffen, dann? Werd ich wieder so jubeln wie beim letzten Mal. Mit Toni Kroos in der Nationalmannschaft zu spielen wäre? Ein Traum. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank.